So, herzlich willkommen an alle da draußen und auch an dich, Kalle, für die zu der, so ist es richtig, ersten wirklichen Episode vom Techpool-Podcast. Ähm, wir hatten ja neulich nur eine große Trailer-Episode veröffentlicht, um, äh, mal zu schauen, wie das alles so funktioniert und ob das alles so funktioniert. Ähm, ja, und jetzt starten wir quasi richtig durch und werden diesen Podcast jetzt hier wöchentlich, wie auch da schon angekündigt, bringen und immer sonntags hoffentlich eine Folge veröffentlichen. Ähm, auf welchen Plattformen wir zu finden sind, glaube ich, ja, das werden wir am Ende nochmal ein bisschen erwähnen. Ähm, ja. Ja, hallo, hallo Basti, erstmal auch von mir. Was geht ab? Also, ich freue mich sehr, dass wir, äh, ja, dass wir das Hinkriegen hier, dass wir das Hinkriegen und daraus hoffentlich auch was Gutes wird. Und, äh, äh, ging ja ein bisschen die Woche, auf jeden Fall. Was haben wir da? Was haben wir da? Was interessiert denn die Leute? Ob sie Leute interessiert, kann ich ja nicht sagen, aber wir, ähm, können ja einfach direkt mal mit dem ersten Thema, ähm, beginnen und zwar mit den AirPods. Äh, die AirPods, da gab's ein paar News zu, ähm, diese Woche. Die erste News wäre, war kein offizielles Statement von Apple, aber bei den AirPods Pro, ähm, quasi bei der, bei der neuesten Generation der AirPods oder der einzigen Generation der, der Pro-Modelle, ähm, war es ja diese Woche, oder war es ja schon vor, nee, es ist schon ein bisschen länger her, dass das Software-Update gepusht wurde. Und, ähm, das Software-Update mit der Nummer 2B588, das war, äh, leicht fehlerhaft und hat bei einigen dazu geführt, das Noise-Canceling irgendwie zu, zu schwächen, beziehungsweise, dass es einfach nicht mehr so gut abgeschirmt war. Ähm, ich besitze hier auch und ich kann da nicht, äh, von sprechen, also bei mir hat das, funktioniert das vor, vorwiegend eigentlich wie immer und hab das so auch gar nicht gemerkt. Du hast ja die, äh, erste Generation, oder? Die erste, ja, die, komplett erste. Also ich muss auch sagen, dass ich tatsächlich noch echt zufrieden bin. Also abgesehen mal vom Akku, klar, das war so eine, so eine Sache, ne, ähm, aber es geht. Also tatsächlich ist es von, von vier Stunden Akkulaufzeit auf, naja, anderthalb jetzt ungefähr. Aber ich finde es halt, finde es halt super cool, dass die Woche, dass der Discounter Lidl tatsächlich die zweite Generation jetzt für, ähm, knapp 140 raushaut. Und tatsächlich sofort lieferbar. Also online, also Lidl online auf jeden Fall nur. Ähm, im Laden gibt's die nicht. Aber das ist schon eine coole Nummer, dass es beim Discounter jetzt so angekommen ist. Ähm, aber ansonsten, also ich, ich würde sie mir nochmal kaufen, tatsächlich, für den Preis, ähm, auf jeden Fall. Aber jetzt, ich hab meine. Und ich hab meine, die sind super. Also ich bin super zufrieden. Ja, es ist halt immer, es ist immer so eine Sache mit, mit neuen Geräten. Also ich hätte natürlich, ähm, die AirPods Pro hab ich schon, äh, ordentlich getestet, so. Das ist immer, weißt du, 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 du läufst die Straße lang und, äh, du hast die AirPods drin und du weißt, äh, ist klar, das ist super Service, super cool, ja. Ähm, und du weißt aber, es gibt AirPods Pro mit Noise Cancelling und du brauchst diese ganzen Autos jetzt einfach nicht hören, ne? Ähm, aber dass die, ähm, ja, bei Lidl für 139,99, ist es schon, ist schon eine coole Nummer eigentlich. Definitiv. Also sagst du, der Preis ist gerechtfertigt? 140 Euro? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich hab, guck mal, die, die ersten, die haben damals 179 gekostet, wenn mich nicht alles durchgenau. Und die zwei ja, ja, auch. Und da kam ja das, das Ladecase noch on top mit drauf. Ähm, ja, also 139, für die, für die Gen 2 ist super, wirklich gut. Hier muss man dazu nochmal sagen, dass natürlich die AirPods zweite Generation ohne Wireless Ladecase ist, ne? Also ganz normales, ähm, Ladecase, aber dennoch denke ich, wer ein iPhone hat, ähm, für 140 Euro ist das wirklich ein guter Deal, äh, zumal, ich sag mal, Kopfhörer, gleichwertige Kopfhörer anderer Hersteller genauso kosten. Und, äh, das auf jeden Fall. Um nochmal kurz zu dem ersten Thema zurückzukommen, äh, die eigentliche Ausgangslage war, dass jetzt Apple quasi, wenn man, also wenn jemand da draußen so ein Problem hatte, dass nach dem Update auf diese 2B588, ähm, das Noise-Canceling nicht mehr funktioniert hat, dass es dann möglich ist, die von Apple ausgetauscht zu bekommen. Es gab wohl, äh, quasi User, die sich bei Apple gemeldet haben und die dann einen kostenlosen Austausch bekommen haben, auch schon nach längerer Zeit jetzt. Also die sind ja auch schon eine ganze Weile oder ein halbes Jahr, glaube ich, äh, fünf Monate vielleicht, ähm, so auf dem Markt, ähm, und Apple ist da wohl scheinbar, äh, relativ austauschfreudig. Es ist, glaube ich, es gibt keine, ähm, kein richtiges Statement von Apple dazu, also es wird einfach gemacht, wenn man sich da meldet, äh, genau, also es heißt also. Ah, ist gut zu wissen, definitiv. Das denke ich auch, ähm, also wer das hat. Das ist wahrscheinlich zu oft einfach vorgekommen so, ja, zu oft vollkommen, äh, und das, das wurde so, ja, inoffiziell gemacht, ja. Also das, also das einzige Statement, in Anführungszeichen, dazu von Apple war ja, dass sie das Software-Update zurückgezogen haben, ja, also dementsprechend, äh, richtig, ja, heißt das ja was, im Normalfall, also wenn Apple da sowas zurückzieht, ähm, dass es dann, äh, ja, dass es dann wahrscheinlich wirklich offizielle Probleme gibt, an der Stelle, ja. Ja, ist ja nur, ist ja nur gerecht, stimmt ja, ne, also, dann stehen sie jetzt so dazu, ohne sich quasi offiziell zu äußern, aber es ist, äh, der völlig richtige Weg, denke ich. Ja, definitiv. Ähm, okay, also kurzes AirPods-Update, äh, wer da Probleme hat, kann bei Apple austauschen lassen, äh, und wer noch welche Beue nötigt, äh, ich glaube für den Valentinsttag wird es zu knapp, wir nehmen die Folge hier am 13.2. auf, äh, das heißt also, es wird sehr eng, aber wer noch ein Geschenk sucht oder generell sich gerne endlich mal AirPods holen will für den Preis, kann man das auf jeden Fall bestellen. Aber gab's da jetzt irgendein Limit eigentlich, also, äh, irgendeinen Zeitraum oder sowas, in dem das Angebot gilt, eigentlich nicht, oder? Also ich hab nur, ähm, gesehen, die sind da ab sofort verfügbar, ab sofort lieferbar online, wie jetzt der Status ist, weiß ich gar nicht. Die werden wohl ordentlich, also ich kann mir schon vorstellen, dass das ordentlich, ordentlich läuft. Ich denk auch, ähm, ich dachte auch erst, dass die in der Fiale sind, also dass die nicht nur online sind, sondern in der Fiale auch, aber das scheint nicht so zu sein, ähm, wahrscheinlich haben die die auf Lager, ich mein, wird ja genug Modelle geben, also die sie verkaufen können. Wer auch eine Menge verkaufen wird, wahrscheinlich wieder, ist Samsung. Samsung hat am 11.02., das ist also vorgestern gewesen, äh, seine neuen Flaggschiffgeräte vorgestellt. Ähm, und noch ein neues Gerät, dazu kommen wir dann gleich noch, äh, vielleicht trotzdem, wir haben ja gesagt, wir blicken auch oft mal über den Tellerrand und ich glaube, der Tellerrand ist relativ, äh, wichtig hier in dem Fall, ja. Ja, weil das, ähm, meiner Meinung nach, wenn Telefone oder, oder Software, äh, Hardware vor allem, nicht Software nicht, aber Hardware vor allem mit Apple-Geräten mithalten kann, dann sprechen wir ja immer noch von Samsung-Geräten. Definitiv, ähm, die machen ja auch immer einen guten Job, zumindest am Anfang, wenn sie rauskommen, dann mit der Zeit ändert sich das ja mal schon ein bisschen, aber auch nicht, auch nicht immer, ja. Ähm, auf jeden Fall, was, äh, gab es da zu sehen an diesem Event? Ich, ich würde das kurz mal aufzählen, wir haben einmal das normale Galaxy S20, äh, Gerät. Äh, das S20 Plus, bisschen größer, mit 6,7 Zoll, das S20 dann 6,2 Zoll und dann hat Samsung nochmal richtig, äh, gedacht, jetzt, jetzt oder nie, haben das Galaxy S20 Ultra, äh, rausgebracht oder mit veröffentlicht, wird vorgestellt. Das hat ein 6,9 Zoll, äh, Display, also, äh, relativ groß, ich hab das mal im Kopf, äh, ich glaube, ja, am, am, nach dem Release überschlagen, ich glaube, das iPad Mini hatte 7,2 Zoll, also, ähm, ist also wirklich so, knapper Zoll weniger nur noch, ja, ähm, das ist schon Wahnsinn, also, und. Also, es sah auch schon gewaltig aus, also, ich, äh, ich hab's tatsächlich mir ein bisschen angeguckt, ähm, teilweise, ähm, die haben ja die, bei dieser Präsentation, die Bildschirme, dort sehr künstlerisch und, äh, ja, grafisch schön angeordnet, also, es sah schon gut aus, also, die Präsentation war auf jeden Fall so, sehr, sehr gut anzuschauen, und das sind echt, echte Teile, ey, also, da. Wie, wie findest du das, wie findest du das Design? Die Rückseite vor allem? Ähm, ja, das ist, das ist wieder so, man denkt natürlich, man vergleicht natürlich, ja, also, da sowieso, also, die, die Kamera, äh, links oben in einem Block, äh, ja, kann man, kann man drüber streiten wahrscheinlich, ob da jetzt was nachgemacht wurde oder nicht, ähm, es, also, es geht so, würde ich mal sagen, würde ich mal einfach so im Raum stehen lassen. Ja, ich, ich find das Design total cool, also, ich würd mir das eigentlich auch von Apple wünschen, ich find dieses, in diesem Viereck angeordnet, alles zusammen, äh, wirkt irgendwie auf mich, ey, wirkt einfach futuristisch, keine Ahnung, also, es wirkt einfach, äh, hat irgendwie, also, spricht mich irgendwie mehr an, als diese drei Linsen da auf der Rückseite, so, die auch gut angeordnet sind, aber das, das gefällt mir grad tatsächlich am besten, ähm, okay, aber gut. Also, ich find ja, also, auch beim iPhone, ähm, 11, ja, 11 Pro, also, da fand ich auch das erst, also, wenn man das erste Mal sieht, so, denkt man immer, das ist irgendwie klobig, also, irgendwie ist es, irgendwie ist es, ist es zu fett, ja, ich mein, beim, beim iPhone haben sie es elegant gemacht, natürlich, dass es alles nicht so extrem dicht beieinander wirkt, dass, dass dieses Apple-Logo das erste Mal in die Mitte gerückt haben, ähm, ähm, aber bei, beim, bei dem Samsung, äh, bei dem Ultra Plus, es ist es ja auch nochmal, da sind ja noch mehr, mehr Sachen drin, es ist ja nochmal ein härterer Block hinten dran, ähm, ist wahrscheinlich auch wieder erst klobig, weißt du, und wenn du, wenn man das in der Hand hat oder sieht, oder oft genug sieht, weißt du, dann gewöhnt man sich wieder dran, und das ist wieder cool, ja. Das denk ich auch, ähm, vielleicht ganz kurz, also, ich sag mal, das S20 und das S20 Plus sind, sind, äh, gute Geräte, definitiv, äh, brauchen sich, glaub ich, nicht verstecken, ich würd ganz kurz einmal was zu dem S20 Ultra sagen, und zwar, also, 6,9 Zoll hat auch ein, also, das haben alle, äh, ein QHD-Display, alle haben, alle, diese Geräte sind OLED-Devices, also, sie haben alle OLED-Bildschirme, äh, das Ultra hat, äh, Ultra-Weitwinkel, ein Weitwinkel-Telefoto, und beim Telefoto hat's 100-fach Digital-Zoom, also, da sahen die Videos echt beeindruckend aus, aber, ja, das stimmt, gut ausgeleuchtete Räume sind halt gut, ja, ähm, wie das in der Tour nachher ist, wird man dann sehen, und, äh, zusätzlich noch den Time-of-Flight-Sensor unten dran, und eine 40-Megapixel-Selfie-Kamera, äh, ja, also, es ist, also, es ist wirklich immer so, so eine Sache, also, ich weiß es, ich weiß nicht, ich mein, ähm, ich komm jetzt nur aus dem Fotografen-Bereich, und, äh, äh, denk mir, meine Spiegelreflex-Kamera hat 21 Megapixel, so, ja, und macht Top-Fotos, alles wunderbar, und dann kommt so ein Handy daher, welches, ähm, 50 und mehr Megapixel hat, und eine Selfie-Kamera 40 Megapixel, ja, ähm, äh, denkt man immer, wo nehmen die, wo, wo werden da die Pixel hergenommen, ähm, das ist so, wenn man, wenn man, äh, die, die, die Versuche, ja, die, okay, die haben viel mit optischem Zoom gemacht, aber auch viel mit Digital-Zoom natürlich, und der Digital-Zoom, der ist einfach, ähm, ich mein, es geht nicht umsonst Spiegelreflex-Kameras, oder halt so eine System-Kamera oder sowas, ähm, und ich habe immer das Gefühl, also, ich, äh, es ist halt, ich muss mich, da muss man ein bisschen vorsichtig, äh, darüber sprechen wahrscheinlich, aber das, das Bild, wenn man es ranholt, ähm, nicht so pixellig ist, klar, so, weil es einfach super viele Pixel hat, aber trotzdem matschig wirkt, ne, ähm, aber davon muss ich mich erst überzeugen, also, das ist wirklich immer so, so, so ein Punkt, da muss ich mich erst immer überzeugen vom, vom, von der Praxis, so, sonst kann ich das nicht nachvollziehen, einfach, so, wenn, 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 äh, die mir um die Ecke kommen mit über 100 Megapixel, äh, ist immer kaum vorstellbar, ne? Genau, als, als letzter wichtiger Punkt noch, ähm, oder zwei wichtige Punkte, die ich noch erwähnen will, ist, also, beim Ultra ist es wirklich, äh, das 5000 Milliampere Stunden Akku, das ist schon eine Ansage, also, ähm, das ist wirklich sehr viel und, äh, wenn das auch noch hält, äh, dann macht das auf jeden Fall definitiv Sinn, würde ich mir auch, ähm, mehr bei den iPhones wünschen, dass da noch mehr, bis, also, 11er Akku ist super, ja, ist halt echt gut, definitiv, auch bei vielen Nutzen über den Tag, also, ich bin abends bei, ja, 30% ungefähr, meistens, wenn ich es viel benutzt habe, das, äh, hatte ich schon lange nicht mehr, aber 5 Stunden, äh, 5000 Milliampere Stunden ist schon, ist schon echt klasse, ich meine, äh, es ist ja auch ein bisschen ihr Pro-Gerät, ne? Also, sie haben halt nicht Pro genannt, sondern halt Ultra, weil Pro halt schon besetzt ist, ähm, aber es macht schon, äh, das ist schon, schon gut zu lesen, dass es da auch noch Entwicklungen gibt und die nicht einfach irgendwann bei ihren Akkus stehen geblieben sind und gesagt haben, ja gut, wir können jetzt schnell aufladen, da brauchen wir keine großen Akkus mehr und ganz wichtig und da hoffe ich sehr, 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 dass Apple da dieses Jahr mitzieht, äh, alle Geräte, äh, ich glaube, alle Geräte, wenn ich es richtig verstanden habe, haben, äh, 120 Hertz Bildwiederholungsrate, ähm, im Display verbaut quasi, äh, das ist natürlich, äh, eine Sache, die ich unbedingt auch auf meinem iPhone gerne hätte, ähm, wer das einmal auf dem iPad oder so gesehen hat, äh, und da mal so ein bisschen vergleicht, es ist einfach, es ist eine ganz andere Welt, ja, kleiner Wärmungstropfen hier allerdings, bei den, äh, Galaxy-Geräten ist es so, die haben ja also Quad-HD-Auflösung, also 3200 mal, äh, 1400 Pixel oder 1440 oder so, ähm, wenn man auf 120 Hertz Modus wechselt, dann wird die Auflösung zu Full-HD tatsächlich, auch in der Bildschirmgröße, glaube ich, nicht so, nicht so extrem schlimm, aber dennoch, äh, ist ja doch nochmal ein Unterschied dann, ne, die, quasi ein Viertel, äh, an, an Auflösung dann. Und, äh, noch irgendwas zu den, äh, zu den Geräten, musst du noch irgendwas sagen, oder gibt's noch irgendwas? Ich überlege gerade, ja, es, es kam ja, das, 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 das Z-Flip, darf man vielleicht nicht, äh, vergessen, und, äh, das ist, das ist so, ja, das ist so, echt. Es erinnert mich an die Club-Handys von damals, muss ich ehrlich gestehen, nur, dass, ne, da voll Bildschirm halt drin ist, und, äh, Aber es ist genau dasselbe hier, ich muss das in der Praxis sehen, sonst, ich kann mich nicht davon überzeugen, gerade diese Club-Kante, die mich auch bei diesem, äh, bei diesem Vorgänger nicht, nicht, äh, nicht überzeugt hat. Also, das, man sieht's einfach immer, ne, also, auch wenn es gerade ist, also, ob die das stört, ich meine, gut, die, die lösen das wahrscheinlich jetzt so, ähm, in den, in den meisten Apps, die sind einfach schon irgendwie so angelegt, dass die einen Splitscreen haben, oder so, also, diese, die Grafik, der App an sich, schon, oben ist ein Content, unten ist ein Content. Ja, das, das ist einfach, das ist einfach, ne, immer ne Abschusskante ist, in der Mitte, so. Ja, völlig okay, das kann man bestimmt auch gut machen, aber bei vielen Sachen halt vielleicht auch nicht. Naja, das, ich glaub, ähm, dass da Entwickler, Entwickler dranhängen, da sie wahrscheinlich Probleme kriegen werden, ähm, das wirklich so anzupassen und alles, aber gut, also, das ist ja, ist ja wirklich, ist ja erst released worden, ja, da ist ja noch viel, viel Luft nach oben, also, das muss man mal sagen, aber so ist es schon eigentlich cool, cool, kompakt, einfach zusammenklappen, so in die Tasche, das ist schon, ist schon nicht schlecht, so, die legen gut vor, auf jeden Fall. Das seh ich auch so, also, ich bin eigentlich, ich bin, also, es war ja schon, ja, relativ klar, dass das kommen wird, äh, das wurde ja auch schon öfter geleakt, ich bin eigentlich relativ angetan von dem Gerät, äh, weil es mir wirklich gut gefällt, einfach. Also, also, der Gedanke, dass so, es wird die Größe in Ordnung, man klappt es zusammen, gut, macht es dann Sinn, was man halt immer hört, ist, dass man es nicht so gut mit einer Hand aufklappen kann, weil der Faltmechanismus, also das Scharnier, sag ich jetzt mal, sehr steif ist, weil man es halt hinstellen kann, es ist halt nicht so locker oder so und rastet dann erst oben ein, sondern es kann halt auch auf, weiß ich nicht, 45 Grad oder so nachher auch noch, äh, 90 Grad, ähm, einrasten und dadurch ist es ein bisschen schwerfälliger und man kann es halt nicht so easy mal eben hochklappen, wie früher, ja. Mhm, also, wie, genau, wie, wie ist das gemacht, das habe ich nicht so richtig mitbekommen, also dieses Scharnier gerade, ist es wirklich mit, 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 mit einrastern, ist es mit klicken oder was, also, oder wie, wie ist das gemacht? Ob es klickt kann ich, kann ich, kann ich, glaube ich auch nicht, nee, das wird einfach irgendwie so verschiedene, ich weiß, ich weiß nicht, ob es in jeder Position stehen kann oder ob es einfach wirklich so ein bisschen, also, klick, klickähnliche Einrast, äh, Methoden hat, ja. Also, ich denke, das läuft schon flüssig nach oben, oder? Ja, also, das auf jeden Fall, das schon, aber wie gesagt, trotzdem so schwerfällig, äh, ähm, dass es halt, dass es halt dann sich ein bisschen, äh, nicht so gut öffnet, also mit einer Hand zumindest, ja. Ich, ähm, muss aber sagen, großer Unterschied hier nochmal zum, äh, Moto Razr, was von Motorola vorgestellt wurde, das ist ja auch quasi Technologie dieselbe ist, ja, also, äh, zusammenklappen, äh, und dann, wenn man es aufklappt hat, hat man ein sehr vollwertiges Telefon. Äh, ist hier der große Unterschied, dass bei Samsung wirklich Glas verbaut ist, also, äh, biegbares, biegsames Glas, ähm, und eben bei, bei Motorola ist mehr oder weniger so eine Art Plastikfolie, Plastik, äh, Plastikglas, Plexiglas ähnlich, nur dünner, äh, verbaut worden, ja. Ja, und, und das macht nochmal einen großen Unterschied aus und, äh, wirkt auch, glaub ich, ein bisschen hochwertiger dann. Also, ich find's sehr interessant, äh, das Flip kommt, äh, ich glaub, für 1500 Euro. Ja, knapp, genau, ja. Auf den Markt und genauso wie das S20 Ultra auch, ja, auch das kommt für 1500 oder, glaub ich, sogar noch mehr, ähm, also, das ist schon, ist schon ordentlich, also, es sind auch mittlerweile, genau, das Ultra, das Ultra in der größten, ähm, in der größten Ausführung kommt mit 1000, fast 1600 Euro. Ja, ich fand die, ich muss sagen, ich fand die, den, den Teaser zu, zu dem, sie flippt total cool mit dem, mit der, mit der Galaxy-Schrift und dem, dass es so hinter der, hinter der Folie, äh, sich bewegt hat, das fand ich cool, das haben sie gut gemacht so. Definitiv, ne, coole Sache, ähm, vielleicht noch eine wichtiger, ein wichtiger Punkt, den man nicht auslassen sollte, äh, dass die Geräte tatsächlich, äh, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob alle, oder ob nur das Ultra, ich glaub nur das Ultra, äh, in der, in der Lage ist, 8K-Videos zu filmen, was schon, also, man kann jetzt, davon halten, was man will, aber es ist natürlich schon so ein bisschen so eine Ansage, ne, also, also, Samsung versucht halt hier Anfang des Jahres jetzt auch nicht auszupacken, ja, sodass einfach, äh, sie dann erstmal gut dastehen, ja, letztes Jahr haben alle über 8K geredet, jetzt wär's vielleicht ein Jahr, oder erst nächstes Jahr ein 8K-Telefon rauszubringen, äh, vielleicht zu spät gewesen schon, Das ist schon, ist schon echt viel, also 8K, auf jeden Fall, ja. Aber auch unrealistisch, also das, äh, wer soll das gucken? Naja, egal, genau, das ist, das ist immer so die Sache, ne, das muss ja auch irgendwie ein Endverbraucher, für den muss es ja auch zählen, ne, das ist ja im Endeffekt das Ding, ähm, das ist ja das Wichtigste, ja. Ja, ein wichtiger Punkt bei 8K ist aber, und den finde ich eigentlich ganz interessant, dass du halt bei 8K die Möglichkeit hast, ähm, bei, also, bei einem Standbild ein 33 Megapixel großes Bild quasi rauszunehmen, aus einem Video, ja, äh, das ist eigentlich ziemlich beeindruckend, also, und auch ziemlich cool, ja, ähm, genau, äh, aber ich glaube, dass, äh, dabei belassen wir es erstmal bei dem Thema, mehr oder weniger kurz angerissen. Ist auf jeden Fall spannend, wir, wir, wir gucken, wir gucken, was Apple da dieses Jahr macht, ja, und, ähm, was Apple danach legt und womit wir da dieses Jahr rechnen können, aber ich denke, man kann auf jeden Fall mit konkurrierenden Geräten rechnen, das sollte, sollte von Apples Seite, glaube ich, kein Problem sein. Genau, die machen 8K-Videos, hatten wir gerade gesagt, äh, jetzt machen wir noch eine super, äh, super klasse Überleitung, weil er auch 8K-Videos machen kann, ähm, ist die Canon EOS R5, die wurde tatsächlich vor kurzer Zeit, also vor ein paar Stunden erst angekündigt. Von Canon quasi, ist auch die erste spiegellose, äh, Vollformat-Kamera, die 8K-Videos aufzeichnet. Ähm, was mich hier interessiert, ist nicht, also, gar nicht so die Kamera, ist, glaube ich, gut, das mal zu erwähnen und das mal drüber zu sprechen, äh, die kommt dann jetzt diesen Herbst, ich glaube, diesen Sommer oder so auf den Markt, wird irgendwie jetzt im März vorgestellt, und Preise sind auch nicht bekannt, aber, ähm, da habe ich eine Frage an dich, und zwar, das ist ja eine spiegellose Vollformat-Kamera, ähm, was, würdest du dir immer wieder eine Spiegelreflex-Kamera kaufen, oder wäre deine nächste Kamera, wenn du dir eine holst, eine spiegellose, äh, Vollformat-Kamera? Äh, spiegellos, definitiv, also, ähm, ich habe nicht mal einen richtigen Grund, weil ich Spiegelreflexe, ähm, gewohnt bin, aber spiegellos einfach, äh, weil es, weil es der Hit gerade ist, wahrscheinlich, weil es gerade jeder macht irgendwie spiegellos. Ich meine, die R5 jetzt, also, die macht 45 Megapixel dazu noch, ich weiß jetzt, ja, man weiß nicht, wie teuer die wird im Endeffekt, aber, ähm, das ist schon, ist schon cool, ja, definitiv, also, 8K-Videos bei 30 Frames lese ich gerade hier, 4K-Videos bei 120 Frames, das ist richtig gut, das ist richtig gut, und, und 45 Megapixel dazu Fotos noch, also, ist was wert, definitiv. Also, ich würde auch, ich würde auch einfach, das ist ein bisschen kompakter alles noch so, es ist, es ist nicht mehr, es geht von dem, damals wollten alle Spiegelreflex-Kameras dann noch mit, mit Batteriepack dran haben, das sollte schön fett aussehen, ja, auf, dann fotografiert man eine Hochzeit, ja, dann muss das auf jeden Fall nach, nach viel Geld aussehen wahrscheinlich, äh, um einen guten Eindruck zu machen, und, das ist, das geht alles wieder in die andere Richtung irgendwie jetzt gerade, ja, also, das ist, ist nicht mehr so, und da guckt man auch nicht mehr so drauf irgendwie, also, da, das ist, das ist zu viel, ähm, spiegelreflex-Kameras sind zu viel, zu viel weggegangen, einfach auch an, an Amateure, so, an Privatleute, an einfach Leute, die einfach Fotos machen wollten, so, und, da ist ja für jeden, jeder, jeden Preissegment ist da für jeden was dabei, ne, und, ähm, von daher, das ist echt, ich denke, das ändert sich ein bisschen, jetzt gerade, also, Canon, Canon, tatsächlich ist Canon auch an der Reihe jetzt, also, Nikon hat vorgelegt, ähm, und, ich kenne auch echt Leute, große Fotografen, die, die gewechselt sind, so, zu Nikon, weil sie von Canon einfach die Schnauze voll hatten, so, blöd gesagt, ja, ähm, aber, äh, ja, also, Canon muss was tun, aber sieht so aus, als ob sie wirklich, äh, sich Gedanken machen, definitiv. Ja, cool, ja, die hängen ja auch generell lange hinterher, was 4K-Videos und so weiter angeht, ähm, was ich weiß mittlerweile, ich glaube, jetzt gibt's ein, zwei Modelle, die 4K können, aber auch die sind noch nicht lange auf dem Markt, äh, deswegen, klar, müssen sie da auf jeden Fall hinterher, lass uns mal eine kurze, was, 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 was kostet die R5, wenn die auf den Markt kommt? Ähm, 3,5. Nur, also, ohne Objektiv? Ja, der Body, genau, genau. Ja, würd ich auch sagen, wir können ja mal, äh, wenn die mal irgendwann rauskommt, können wir ja nochmal gucken, ob die, ob die Einschätzung gestimmt hat, ja, das machen wir. Dann, äh, wechseln wir wieder zu, äh, einem Apple-Thema, ähm, und zwar wurde Swift Playgrounds, ich weiß gar nicht wann, ich glaube auch die Woche, Dienstag oder, oder Montag schon? Ich weiß, ich glaube, es war Montag, ja. Ähm, ist Swift Playgrounds für den Mac erschienen, wer Swift Playgrounds nicht kennt, das ist, ähm, quasi eine, eine Software, mit der man spielerisch programmieren lernen kann, man richtet sich, also meines Erachtens nach, und so ist es auch, glaube ich, gedacht, sehr an Kinder, ja, und, 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 und Jugendliche, ähm, aber auch, ich hab's damals auf dem iPad schon ausprobiert, da gibt's das ja schon eine ganze Weile, und ich find's trotzdem, äh, eigentlich sehr ansprechend, und mich hat's auch eine ganze Weile gefesselt. Ich find's super, also, ich hab's jetzt, jetzt auf dem iPad, ähm, gespielt, kann man ja sagen, also eigentlich muss man spielen, weil das wirklich, wirklich durch eine, durch eine Figur, die man hat halt, ähm, wo man Befehle, ähm, also Code-Befehle eingeben muss, die sich dadurch bewegt, ne, und so lernt man halt diese Befehle, ähm, ja, super cool gemacht, und, äh, dass es das jetzt für ein, für ein Mac halt, so per Catalyst-App-mäßig übertragen wird, ist schon, finde ich nicht schlecht, also der Schritt ist ein guter, also es ist ein guter Schritt. Ja, es wird ein bisschen, ein bisschen kritisiert, dass es tatsächlich nur für Catalina ist, ähm, und nicht für die ähm, ähm, älteren Betriebssysteme quasi, aber, also ich kann mit einem Leben, definitiv. Ja, äh, genau, aber guter Stichpunkt nochmal, guter Stichpunkt nochmal mit dem Catalyst, äh, weil das ist ja wirklich, also, großes Thema immer noch, auch dieses Jahr wieder Catalyst-Apps, also die vom iPad quasi auf den Mac kommen, und auch umgekehrt, äh, dass sowas auch funktionieren kann, äh, zeigt Apple damit auch wieder, und ich denke, äh, wir werden in Zukunft da noch einige sehen, auch von anderen Entwicklern, die quasi Catalyst nutzen, um überall präsent zu sein auf jeder Plattform, also ich hab einige iPad-Apps, die ich mir eigentlich auch gerne auf dem, äh, ja, auf dem Mac wünschen würde, so ein paar zumindest, das wär auf jeden Fall eine coole Sache. Ja, also, das, da kann ich dir auch eine Handvoll aufzählen, auf jeden Fall, dass ich jedes Mal denke, wieso gibt's jetzt dieses nicht auf meinem Mac, ja? Auf, 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 definitiv, ähm, ja, also, also, also eine davon ist auf jeden Fall Darkroom, um direkt mal zum nächsten Thema zu kommen, äh, ich benutze Darkroom, also ich bin ja seit, seit einer ganzen Weile kein, kein Adobe-Kunde mehr, kein Lightroom-Kunde mehr, ich bin jetzt auch nicht Heavy-User, also ich brauche, äh, das jetzt nicht oft, aber auf dem Handy, also ich fand, das fand ich sehr gut irgendwie in Lightroom, da meine Bilder zu bearbeiten, wenn ich ja mal welche gemacht habe, äh, die dann für irgendwas bestimmt waren, ähm, das fand ich sehr gut, aber dann, ja, Preismodell und so weiter, äh, das hat mir dann bei Adobe einfach nicht mehr gepasst und es gibt halt einfach mittlerweile ähnlich gute, äh, ähm, Produkte und so auch Darkroom, äh, Darkroom, wer es nicht kennt, ist also eine, eine Fotobearbeitungssoftware, äh, ähnlich wie Lightroom eigentlich, also wer sich das mal anguckt, die sind schon recht, recht gleich, ja, äh, äh, die es aber nur für den Mac gibt, äh, für das iPad gibt natürlich, so rum, und, äh, ja, die haben jetzt wieder ein Update rausgebracht und da, die sind jetzt tatsächlich, ich glaube, es gab ein Pro-Feature vorher, es waren, glaube ich, ein paar Euro, die man da bezahlen konnte, um das Pro-Feature zu bekommen. 10,99 habe ich vorhin nochmal nachgeguckt, ja, 10,99 und, äh, ja, die haben geupdatet und jetzt sind wir bei einem Abo-Modell. Vielleicht ganz kurz, bevor wir darüber reden, kurze, kurze Frage, weil es mich interessiert, äh, Abo-Modelle, wie stehst du dazu, äh, können wir sicherlich auch nochmal in einem, in einem größeren Rahmen irgendwann nochmal drüber sprechen, aber vielleicht trotzdem jetzt kurz mal? Ähm, tatsächlich mal ja, mal nein, also ich, ich nutze Abo-Modelle, so bei, bei einigen Anwendungen, also bei Adobe, ich bin auch Adobe-Kunde und da bin ich voll, voll in einem Abo gefesselt, gefangen, ja, ähm, wobei es halt wirklich Ausweichsoftware gibt, also wenn man wirklich so eine einmalige Sache, also Einmalzahlung machen will, dann gibt es das, ne, bei Adobe leider nicht mehr, ähm, aber ich finde es okay, weil ich einfach, äh, das ist jetzt, ich meine, ich verdiene mein Geld damit teilweise so und, und, das tut mir jetzt nicht weh, das ist nicht so viel, aber, wenn man es auf, auf die ganze Zeit rechnet, natürlich ist das super viel, ne, das ist eine Riesenmenge, also da bin ich eigentlich, äh, froh, wenn man das mit einmal weg hat, also das ist ja, das ist, das ist dieselbe Diskussion, die man führen würde, äh, kaufe ich mir ein iPhone im Vertrag, äh, oder, oder so, ne, ähm, ähm, also da ist, glaubt es, so typenabhängig, wahrscheinlich, ne, manche wollen, äh, das so jeden Monat abstottern, äh, manche wollen alles mit einmal weg haben und dann ist es den gut, ähm, ähm, ja, da tatsächlich rentiert sich aber wahrscheinlich das Abo-Modell, ja, ja, also, ähm, das gibt ja auch schon Apps, die, die zugemacht haben, weil sie kein Abo-Modell hatten. Ja, ich, äh, sehe das ähnlich, ähm, es gibt da Sachen, für die ich auch wirklich gerne bezahle, ja, also definitiv, äh, man hat halt gemerkt, dass das, dass das der Trend ist, jetzt im letzten Jahr auch schon, dass die Leute da, oder die Entwickler quasi ihre Apps auf, auf Abo-Modell um, ähm, um München, ich hätte persönlich nie gedacht, dass das funktioniert, weil ich halt immer das Gefühl habe, also, wenn ich es aus meinem Bekanntenkreis jetzt mal so denke, kenne ich eigentlich selten oder wenige Leute, die für Apps generell bezahlen wollen, ja, ich glaub, solche Leute kennt jeder. Ja, das ist, genau, das ist nochmal die ganz andere Sache, ne, also, das ist, das spielt ein Abo-Modell oder Einmalzahlung, wenn sie eine Einmalzahlung sehen, es ist super viel Geld, wie kann man bloß so ungefähr, und ein Abo, man hat immer den Eindruck, dass das Abo erst, erst mal das so, so abflacht, so, so irgendwie, äh, und, und dann auch, das ist ja okay, dann wieder, ähm, und wenn das jeden Monat dann so ist, also, ja, das ist wirklich, wirklich, glaub ich, da menschenabhängig, wie man da rangeht, ja, für manche, manche bezahlt man wirklich gerne und das Abo-Modell, ich denke mal, auch, das ist für die Entwickler, äh, die machen das, ja, weil sie einfach was, was Festes haben, jeden Monat wahrscheinlich, womit sie dann arbeiten können, ne, weil wenn, wenn einmal gekauft wird, dass es einmal weggeht, dann müssen sie dann mit natürlich, äh, drauf rechnen, äh, mit rechnen, dass, 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 das ordentlich gekauft wird, ordentlich weiter gekauft wird, aber wozu, wozu machen, werden dann Updates gemacht, zum Beispiel, von, von welchem Geld werden Updates gemacht, von, von welchem Geld, äh, sitzen die Programmierer da noch dran, noch weiter dran, ja, ja, und, äh, die Käufer werden natürlich immer weniger, weil, haben ja schon alle gekauft, die potenziellen in Frage kämen, ne, Ja, ja, das stimmt, deswegen, also, da bin ich auch auf der Seite der Entwickler, solange das irgendwie sinnvoll ist und irgendwie fair auch noch vor allem, ähm, äh, weiß ich nicht, also, für meine Podcast-App bezahle ich im Jahr irgendwie 18 Euro, äh, mach ich gerne, ja, einfach, weil ich sie jeden Tag benutze, das sehe ich auch völlig ein, du bezahlst, äh, jeden Monat Adobe, äh, weil du es jeden Tag benutzt, äh, das macht ja auch alles Sinn, ja, vielleicht ganz kurz zu den Preisen, äh, von, von Darkroom, äh, es gibt einen monatlichen Preis, das sind 4,49 Euro, dann einmal 21,99 Euro pro Jahr, ähm, ich weiß nicht, ob das ein, ob das ein fester Preis ist oder ob der sich nochmal ändern wird, äh, weil es ja schon, wenn man jetzt den Monatspreis sieht, ne, ist ja, ist ja doch schon ein krasser, 60% Ersparnis, schreiben sie ja auch selber, ähm, ist schon ordentlich, aber, und das finde ich sehr gut, äh, was wir natürlich auch gemacht haben, und das finde ich, sollte jeder machen, äh, so eine Einmalzahlung quasi für Lifetime-Abos, äh, Lifetime-Updates und so weiter, ähm, dass man einmal 55 Euro bezahlt, das ist jetzt hier bei Darkroom der Fall, und dann hat man die Features und muss nicht quasi jeden, äh, jeden Monat neu bezahlen. Also ich muss sagen, ich muss sagen, das finde ich auch gut, also das lohnt sich auch, also weil ich, ich nutze halt, ähm, ähm, also ich kenne Darkroom, aber nutze halt Lightroom, ähm, und Lightroom wäre im Einzel-Abo sozusagen, man kann's ja nur, also Lightroom würde, also würde 11 Euro, äh, ein paar zerquetschte Kosten, aber man hätte jetzt auch gleich Photoshop mit dabei und noch andere Sachen, die man vielleicht gar nicht nutzt, so, ähm, und wenn man wirklich nur Lightroom will, also, äh, die Lightroom-App, äh, wenn man nur Presets einpflegen will oder sowas, ähm, ist die kostenlos, ne, aber man kann damit halt nicht wirklich viel machen, also selber machen und so, und, äh, Fotos verwalten und, 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 ähm, da ist, wenn man, wenn man natürlich, wenn man bei Adobe die Programme auch wirklich nutzt, so wie sie da sind, ist, sind die 11 Euro noch was im Monat, ähm, völlig okay, und daher finde ich auch, muss ich sagen, die 4,49 Euro, wenn man sich wirklich auf das Monatliche beschränkt, auch völlig okay, also bei, bei, bei Darkroom, so, und dass die jetzt 21,99 pro Jahr gemacht haben, jetzt weiß man nicht, ob das eine Jahresabrechnung ist oder ob das pro Monat halt diese 1 Euro und, was ist das, 2,80, bezahlst einmal und dann einfach das Jahr später dann auch wieder quasi, ne, und dann ist man in diesem, ähm, äh, ist im Jahresvertrag, sozusagen, die Frage ist ja, kommt man, kommt man bei diesen 4,49 Euro auch monatlich raus, weil das hat Adobe ja nämlich anders gemacht, ne, da bezahlst du pro Monat, aber man schließt trotzdem im Jahresvertrag, ja, wem sagst du das, dass man da nicht rauskommt, ne, ja, genau, du kennst dich da am besten mit raus, ne? Ich musste Strafgebühr zahlen bei Adobe nochmal, weil ich, äh, in diesen, innerhalb dieses Jahres raus wollte und, ähm, hier ist es, also, also bei, bei, bei diesen ganzen App-Abo-Modellen ist es ja so, also du kannst da bei 4,49 kannst du monatlich immer raus, das hat Apple auch so vorgegeben, äh, bei dem jährlichen Abo kannst du, kannst du auch kündigen, aber es läuft dann halt so lange für den Zeitraum, den du bezahlt hast. Ja, genau, alles klar, aber es ist, es ist schon mal gut, auf jeden Fall, also, ja, klar, da ist es abhängig von dem, was Apple vorgegeben hat, ne, Adobe machen, machen ihre, ihr eigenes Ding dann, ne, in dem Fall. Aber, genau, aber ich würde mir trotzdem weiterhin, ich hoffe, vielleicht können sie das jetzt endlich mit dem Abo-Modell finanzieren, eine Mac-App noch von Darkroom wünschen, äh, und da einfach noch so ein bisschen, vielleicht auch mit einem Sync oder so, dass man da noch ein bisschen übergreifender arbeiten kann, aber auch die iPad-App ist schon super, auf jeden Fall große Empfehlung von mir an der Stelle, wer so ein bisschen, äh, Fotobearbeitung machen will und ein paar mit RAW-Fotografie so ein bisschen rumhantieren will, ohne jetzt da großartig, äh, jeden Monat, also jetzt ja schon, aber, äh, jeden Monat zu viel zu bezahlen, äh, kann man sich das auf jeden Fall mal anschauen, ne. Jetzt sind auch, Wasserzeichen sind jetzt auch mit dabei, äh, auch seit dem neuesten Update, ähm, für wen es interessant ist, definitiv eine coole Sache. Was nicht so cool ist, äh, kam auch heute, äh, gestern, glaube ich, ich muss ja nochmal, da müsste ich jetzt nochmal schauen, ich glaube, es war gestern, äh, ja, es war gestern, und zwar der Mobile World Congress, der ja jedes, jedes Jahr Ende Februar immer stattfindet, ähm, wird abgesagt dieses Jahr. Der wird abgesagt, auf jeden Fall, ey. Das, das ist schon hart. Das ist auf jeden Fall eine ziemlich, äh, ziemlich große Sache, ja, ich, ähm, hätte das, hätte damit nicht gerechnet, zumal das jetzt auch nicht lange ist, ja, es ist ja bald, äh, das hört sich so an, als ob es wirklich kurz vor knapp abgesagt wurde. Ja, äh, der Mobile World Congress ist halt einer der größten Aussteller, äh, so ein bisschen die IFA auf, auf größerem Niveau, ja, ähm, wo auch Leute, also, und vor allem Hersteller ihre ganzen Produkte zeigen, und man sich auch alles schon mal angucken kann, was dieses Jahr und die nächsten Jahre rauskommen wird. Ähm, Grund für die, ähm, Absage ist halt wirklich die Angst vor dem Coronavirus. Also, es ist immer noch erstaunlich, wie viel Einfluss dieser Virus auch auf die Tech-Szene hat. Äh, das ist wirklich, ähm, wirklich Wahnsinn. Also, auch, jetzt mal abgesehen von dieser Sache, dann gibt's ja, äh, Hersteller, die vielleicht mit der Produktion nicht mehr hinterherkommen, weil Fabriken geschlossen sind. Das ist schon irgendwie ein komischer Zustand grad. Die, die, die ganzen Apple-Stores und Apple-Fabriken und was, das ist alles zu, ne? Also, die, die haben auch noch nicht wieder... Ich weiß nicht, ob alle, aber es wird jetzt irgendwie viel ausgelagert, hab ich heute gelesen, äh, dass das dann quasi, äh, nicht in diesen betroffenen Gebieten gemacht wird. Aber ja, es sind auf jeden Fall Fabriken, äh, geschlossen. Derzeit. Das ist, ja, das ist schon heftig. Und dann kommen halt, und dann kommen halt solche Sachen, und dann kommen halt solche Sachen, wie halt ein bisschen mit dem MWC. Ich find's auf jeden Fall schade. Ja, ich wär natürlich nicht selber da gewesen, aber, äh, das so, was man da an Content auch bekommen hat und was die Leute so gezeigt haben, die ganzen Hersteller, war mal sehr, sehr interessant. Äh, vielleicht verschieben sie den, aber ich glaub's nicht. Ich glaub, der fällt dann einfach komplett aus. Ähm, obwohl es ja auch in, also er findet ja in Barcelona statt, hätte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ähm, so als Problem gesehen, was den Coronavirus angeht, ja. Ähm, aber, ja, ist, äh, ist wahrscheinlich, ich mein, da kommen ja auch viele Leute aus aller Welt hin, ja, äh, sie wollen sich natürlich wahrscheinlich absichern, dass da alles, alles korrekt zugeht. Und ich glaub auch nicht, dass sie da jeden kontrollieren können, der da einreist und der da, der dabei ist. Also, ich, äh, ich weiß auch nicht, wie das zusammenhängt, aber wahrscheinlich muss es so sein, also, kann ich mir nicht anders vorstellen. Also, schon, weil sonst, schon sehr weitläufig, ja. Das müsste man ja rein theoretisch, ähm, alles Größere absagen. Also, ne, wenn jetzt hier irgendwie eine Gamescom ist in Köln dieses Jahr wieder, müsste die auch abgesagt werden, weil's die große Veranstaltung ist. Jedes Konzert müsste abgesagt werden, alles. Und das ist ja nicht der Fall, aber wahrscheinlich geht's wirklich darum, weil halt auch viele chinesische, ähm, Hersteller und, 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 ähm, Vertriebe da sein werden, ne? Ja, es ist einfach die Angst zu groß. Kann ich auf jeden Fall gut nachvollziehen. Ein bisschen schade ist es dann noch. Kommen wir, wollen wir zu unseren Tech-Moments kommen? Wir wollen ja Tech-Moments einführen für uns. Ja, dass wir jede, jede, jede Folge so, ja, unsere Tech-Moments der Woche, kann man sagen. Ja, no pressure, no pressure. Also, wenn's keinen gibt, dann, dann gibt's keinen. Das kann nicht jede, kann nicht jede Woche, äh, so ablaufen. Aber, ähm, wir beide kennen das, wir, und da haben uns ja auch schon so privat auch öfter mal drüber unterhalten, äh, man hat das schon recht oft, ja, dass man sowas hat, so einen Moment, mit dem man, vielleicht definieren wir es mal, also so einen Moment, in dem man etwas erlebt, was man, also was man eigentlich schon immer dabei hat oder so, sein iPhone zum Beispiel, und dann merkt man auf einmal, hey, die Funktion benutze ich das nicht so oft, aber ist total hilfreich. Oder die App, äh, hat mir drei Stunden Arbeit erspart oder was auch immer. Um solche Sachen geht's da. Also, ich, ich muss auch sagen, dass ich in, in letzter Zeit mehr, äh, mehr negative Tech-Moments hatte, also, also, ich nenn's immer Tech-Shit-Moment, nenn ich den jetzt mal. Ähm, tatsächlich wäre ich mich immer, so, gerade bei irgendwelchen Leuten oder so, das geht wahrscheinlich immer um andere Menschen bei mir, äh, wo ich dann immer diese, so einen Tech-Moment hab, wo ich denke, was machen die, ja. Ja, aber tatsächlich ist es bei mir, die Woche war das eine iOS-Funktion, und zwar die einfachere Suche, die einfache Suche, die man, ähm, erhält, wenn man im Home-Bildschirm, äh, ja, den Bildschirm nach unten zieht, ähm, welche ja super mächtig ist eigentlich. Also, ich benutze, ich benutze die nicht, nicht so oft, ähm, muss ich sagen, nur zum, zum Kontakte suchen meistens, und da war es halt auch so, dass ich einen, ich glaub, das war ein Steuerberater oder sowas, wollte ich anrufen, und ich hab halt den Namen eingegeben oben, und er hat mir sofort angezeigt, wann ich auch das letzte Mal mit ihm telefoniert hab, und das fand ich neu, also, das hab ich vorher noch nicht gesehen, fand ich super, weil ich genau mich darauf direkt im Gespräch beziehen konnte, weißt du, und, ähm, einfach draufgeklickt, klar, wieder anrufen, ne, das war's halt so, das sind ja die Siri-Vorschläge, ne, Siri, der, der, der Geist von iOS sozusagen, der einen durchs Programm führt, ähm, hat dann alles das vorgeschlagen und das genauso rausgesucht, das fand ich richtig gut, weil, äh, ich so die, diese Hintergrundinformationen hatte und mich darauf beziehen konnte, weißt du, und, äh, das war so, das war so mein Tech-Moment, man, dieses, also, dieses Tool-Suche wird sowieso total, ich glaub, ganz wenig, also, es wird relativ wenig genutzt von, von den, also, es gibt halt superviele iPhone-Nutzer, aber es, die, die wenigsten davon nutzen ihr iPhone, weißt du, was ich mein, äh, so, und, und die, die Leute, die das iPhone halt haben, weil sie es im Vertrag haben oder weil sie es cool finden oder, ne, es gibt ja da ganz viele, äh, verschiedene Zielgruppen, die kennen oftmals diese Suchfunktion nicht mal, ne, die, die machen das aus Versehen auch wahrscheinlich, tippen aber nichts weiter ein, die wissen, okay, das ist da, aber, ähm, gar nicht auch, dass man damit rechnen kann und so weiter, also, einfach irgendwelche Rechenaufgaben eingeben und, äh, wird alles ausgespuckt oder halt die App, die man öffnen will, alles, was man als letztes gemacht hat oder, oder, also, find ich ein super Tool, um wirklich schnell ans Ziel zu kommen, so, einfach nur kurz eingeben und fertig. Ja, definitiv, also, äh, ich bin auch sehr großer Fan der Suche, also, ich hab, ähm, äh, so ein kurzes, äh, what's on my iPhone, also, ich hab, dass ich auf der Startseite irgendwie die wichtigsten Apps, wie ich glaub, sie ist bei jedem so ist, äh, und der Rest ist alles in Ordnern, aber ich such dann, also, ich swipe dann nicht rüber zu den Ordnern und such mir dann die App raus, sondern ich suche wirklich alles über diese Suche, ich nutze die Suche als Taschenrechner, ich mach damit alles, also, ich bediene gefühlt täglich mein iPhone damit irgendwie, ja, also, manchmal erwische ich mich auch, wie ich Apps suche, die auf dem Homebildschirm sind, aber, äh, weil's dann einfach schon so drin ist, der Mechanismus in, in, quasi, in meiner Bewegung oder in meinem, in meinem Kopf auch, äh, ist ein super Tool. Alles mit den Anrufen war mir auch neu, ich hab das, äh, dann auch mal ausprobiert, als ich das hier in den, in unseren Notizen gelesen hab und, ähm, das war echt cool, das ist wirklich eine, eine coole Sache. Gutes Beispiel für einen Tech-Moment. Du hast, no pressure, du hast keinen, äh, ich hab keinen, äh, Tatsache. Ich hatte tatsächlich nichts, ich war, unfassbar, unfassbar. Ich war tatsächlich auch diese Woche, äh, bis jetzt gesundheitlich recht, äh, vielleicht hört man's auch ein bisschen, gesundheitlich, äh, recht angeschlagen und da war nicht viel Zeit für Tech-Moments, sondern, äh, für Bad-Moments, ähm, ne, hört man aber nicht, hört man nicht, also. Äh, daher hat sich das nicht so angeboten, aber vielleicht kann ich, äh, bald was nachreichen. Dann haben wir noch eine andere kleine Rubrik, äh, bevor es fast schon wieder zu Ende ist, aber wir haben auch schon eine ganz gute Zeit erreicht bis jetzt. Und zwar wollen wir euch da draußen, die das hier hören, äh, und, und uns auch gegenseitig natürlich auch, das, das bleibt ja immer nicht aus, äh, und zwar Empfehlungen, das können Apps sein, das können Services sein, das kann, weil es kann auch mal eine Netflix-Serie sein, ja, ist ja egal, äh, was sich irgendwie da auf das Thema bezieht, was mit dem Thema Tech zu tun hat oder wie auch immer, ähm, ja, Apps, Services, Sachen, die wir vielleicht auch nicht 100% ausprobiert haben, aber auch, und das, da kommen wir gleich zu, das wäre jetzt mein Beispiel, etwas, das ich entdeckt habe, mich damit auseinandergesetzt habe und da, dass ich mal einfach mal kurz besprechen will, ja, und da Meinungen zu hören will und, äh, ja, solche Sachen. Aber das wird sich mit der Zeit, ähm, sicherlich, äh, ein bisschen einfuchsen. Kann auch sein, dass es nicht jede Woche eine Empfehlung gibt, das wird sich alles noch zeigen, ja, ähm, ich würde einfach mal anfangen. Also, ich habe immer was, ich habe immer was zu erzählen, okay, sehr gut. Willst, willst, willst du, willst du anfangen, was du, was du... Ich hatte keinen Tech-Moment, also würde ich anfangen, ähm, und zwar geht es bei mir um den Service Kaya, also geschrieben C-A-Y-A, äh, Link dazu findet ihr in den Shownotes, wenn es für euch interessant ist. Was macht Kaya? Und zwar, Kaya ist dafür da, es ist sehr spannend, quasi deine Post zu empfangen, äh, für dich zu empfangen, die einzuscannen und dir digital zukommen zu lassen, ja. Also, dass du Briefe nicht mehr nach Hause bekommst, sondern dann nur noch per E-Mail als, äh, ja, als PDF-Dokument. Vielleicht auch durchsuchbares PDF-Dokument, das weiß ich nicht, aber, äh, das ist so der, der Hintergedanke von Kaya. Erstmal, so, erster Eindruck, wie hört sich das an? Also, ich denke sofort an E-Post. Also, die Post hat es ja eigentlich versucht, ne, auf dem Weg, oder macht es ja eigentlich ähnlich, würde ich jetzt mal sagen, würde ich jetzt mal behaupten. Gibt es das noch, ja? Ähm, ja, Tatsache, also, ich habe mich auch angemeldet, ich bin überall angemeldet, aber das ist so, es ist sehr nutzerunfreundlich gemacht, meines Erachtens, also, die, die Post ist die, also, gut, da kann man jetzt drüber diskutieren, stundenlang wahrscheinlich, was die Post so macht, ähm, also, das gibt es tatsächlich, dass die das für einen machen und so, ähm, und dann kriegst du Mails und so, aber dann musst du extra Postfächer einrichten und das irgendwie fand sich extrem unübersichtlich und bei Kaya, das habe ich mir auch angeguckt, das sieht halt smart aus, ne, das ist halt genauso, wie man es, wie man es sich vorstellt, wie das eigentlich funktionieren sollte, so, also, ähm, cooles Interface, so, das sieht, also, es ist wirklich einfach gemacht, man kommt auch einfach durch, also, ähm, man steigt einfach halt dahinter, ne, wie, was man genau eintippen muss, wo, wo man hin soll, wie auch das, das Preismodell ist, wie, wie die, wie für was nehmen und so, das ist halt alles per App schön gemacht, so, und, äh, da hat Kaya auf jeden Fall da den Pluspunkt definitiv gegenüber der E-Post, wenn es das überhaupt noch gibt, ich weiß es nicht, aber ich glaube, ja. Äh, also, die Webseite gibt es noch, deswegen, äh, äh, glaube ich, gibt es das noch, kann, kann schon sein, also, äh, Kaya funktioniert halt so, äh, die, die Scanners halt, wie gesagt, sagt ein und schicken dir das alles zu und du kannst dir einmal, ich weiß nicht, wie das genau so funktioniert, du kannst dir aber einmal im Monat, ähm, oder beziehungsweise alle drei Monate oder auf Wunsch kostenfrei senden sie dir das zu für den, also, wenn man den mittleren Tarif nimmt, der bei 9,99 Euro liegt, im Jahresabo, auch hier wieder Jahresabo, ja, dann senden sie diese auch einmal so in einem Paket einfach zu, ja, die deine Briefe irgendwann, ich weiß nicht, so ein bisschen kontraproduktiv irgendwie, also, wenn sie die dann doch zuschicken, äh, was sie aber auch machen, wenn du das möchtest, sie schreddern die Dinger auch sofort, ja. Stimmt, genau, genau, stimmt, das ist gut, also, das ist wirklich gut, also, ähm, die Frage ist ja, wann verschickt man Briefe oder wann bekommt man noch Briefe, weißt du, also, das ist ja nur so eine Behördengeschichte wahrscheinlich oder Krankenkasse oder was auch immer, ja, ähm, ob das so wirklich so, so, so funktioniert, also, ich würde es mal gerne wissen, tatsächlich, ähm, ob es so geht, aber auch, was ist mit so, 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 Zustellungssachen, also, das geht ja auch in eine andere Richtung, ne, also, wenn ich das richtig verstanden habe, man kann es ja auch selber nutzen, dann, oder wie, 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 wie ist das mit der anderen Richtung, wenn man selber einen Brief schicken will, aber kann man den digital, also, ne, einen digitalen Brief und die verschicken dann einen Brief, drucken den für dich aus und verschicken den. Also, nicht, dass ich wüsste, also, ich glaube, es geht hier wirklich nur um Empfang. Weil, ich denke so, ich denke so an jetzt Mitarbeiterkündigung, weißt du, Einwurf einschreiben, solche Stichwörter, so kommen mir da im Sinn, ne, wie, ob sie das gelöst haben oder ob das immer noch so gemacht werden muss. Also, ich gehe davon aus, zumindest, was ich auf den ersten Blick und auch jetzt auf den zweiten Blick so sehe, wird es so sein, äh, dass du das noch selber abschicken musst, also, das werden sie nicht übernehmen. Ja, das ist, glaube ich, so eine rechtliche Sache auch alles, ne, also, ähm. Ja, es ist halt ein bisschen, äh, also, wie es vielleicht überhaupt funktioniert, man kann irgendwie eine eigene Postadresse bei Kaya anmelden, äh, wo man dann seine Briefe hinschicken lässt oder, das ist eigentlich sehr smart, man macht einen Nachsendeauftrag einfach bei der Post, ja, äh, also, wie man umzieht quasi und dann kriegt man, äh, kriegt, also, gibt es halt Kaya's Adresse da an und dann kriegt Kaya halt die ganze Post, den muss man natürlich auch bezahlen und muss man auch, glaube ich, immer, ich glaube, man kann nur ein halbes Jahr oder ein Jahr so einen Nachsendeauftrag machen, den muss man also auch immer wieder erneuern, also, es ist alles noch so ein bisschen, hm, ja, aber, äh, die Idee ist ja gut, weil papierloses Büro ist auch tatsächlich hier irgendwie gefühlt jeden Tag bei mir ein Thema, ähm, wie man da hinkommt und so und das wäre halt ein Weg. Ja, ich will keine Briefe haben, definitiv, also, ich, äh, ich wundere mich auch jedes Mal, dass das Institutionen, die es auch per Mail schicken, auch immer noch per Brief nachschicken, wobei man denen schon zehnmal am Telefon gesagt hat, bitte schickt mir keine Briefe, ich will meine Rechnungen digital haben, so, ja, äh, also, das ist auch komisch, warum, und dann werben die auch noch damit, dass sie super umweltfreundlich sind und so, äh, bis es, naja, okay, also, da kann man wirklich, kann man wirklich drüber erzählen. Auf jeden Fall, wie gesagt, es gibt hier drei Modelle, es gibt ein Basismodell mit für 3,99 im Jahresabo, eins für 9,99 im Jahresabo und ein Family-Modell, bis zu fünf Leuten kann man da, kann man da quasi einladen, für 19,99 im Jahr. Ist definitiv interessant, ich hab auch überlegt, ob ich das einfach mal abonnieren soll, einfach mal ein halbes Jahr ausprobieren, bringt mir das was, äh, macht das Sinn? Äh, ich hatte ja mal diesen, äh, Scan-Snap-Drucker von Fujitsu, um quasi meine ganze Post und alles zu digitalisieren und auch direkt durch Super zu machen, ist so ein bisschen, ist halt auch sehr teuer, kostet, glaube ich, 500 Euro, 400 Euro, dieser Drucker, äh, dieser Scanner, ähm, muss man halt sehen, ja, macht das, was macht da Sinn? Ähm, mein Gedanke ist, jetzt mal von meiner persönlichen Position mal jetzt aus, äh, auszugehen, wir bauen halt gerade ein Haus und wir kriegen halt echt viel Post, ja, also Unterlagen von der Bank und so und, äh, Rechnungen von Firmen, auch teilweise noch per Post, nicht alle, aber einige, ähm, will ich das, auch wenn ich denen vielleicht vertraue von Kaya, will ich, dass die meine Finanzierungsunterlagen bekommen, ähm, weißt du? Stimmt, richtig, ja, das ist, das ist ein guter Gedanke, ja, ja, stimmt, also da, klar, daran muss man natürlich auch denken, ob man das überhaupt will, äh, das ist so eine Sachen, äh, deswegen, und zumal, was noch dazukommt, zum Beispiel unser Notar verschickt alles mit, mit, äh, mit dem Kurier, das heißt, da wird's gar nicht landen, ja, also der, das geht ja dann nur für die Post, also man kann ja nur Sachen, die mit der Post kommen, äh, umleiten lassen quasi, ich glaub nicht, dass, äh, andere, äh, so Turbo-Post oder PIN oder wie sie hier alle heißen, ob die auch Nachsenderaufträge anbieten, ist, glaub ich, eigentlich nicht. Ja, aber damit hat ja die, die Post an sich ja nichts zu tun, das geht ja wirklich um diesen Nachsenderauftrag, ne, also das, ja, äh, ja, nee, die Post hat da nichts mehr zu tun. Aber du buchst den Nachsenderauftrag ja bei der Post. Ja, das ist klar, nee, das ist ja klar, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir das machen, genau, ich glaub schon, oder, also es muss ja irgendwie... Ja, okay, kann sein, aber dann, wenn du es bei drei, bei drei Anbietern schon wieder machen musst und dafür auch noch Geld bezahlst, weil, wie gesagt, kostenlos macht ja keiner Nachsenderauftrag, äh, dann bist du da auch schon wieder halbjährlich bei, weiß ich nicht, wenn das alles 20 Euro kostet, bei, ich glaub bei DL, oder bei der Post, nicht bei DL, ähm, sind es 20 Euro im halben Jahr, äh, ja, muss man halt rechnen, ja, ob sich das irgendwo lohnt. Und man will natürlich auch wahrscheinlich dieses 10-Euro-Paket haben von Kaya, weil man bei dem, äh, 3,99 Euro-Paket halt nicht diese Sammelsendung bekommt, erst der denn mal sagt, hey, ich brauch die Post auch nicht, ja, die brauch hier nie wieder herkommen, die können die einfach schreddern, dann ist es ja in Ordnung, dann kann man 3,99 Euro bezahlen. Ja, das ist, genau, das ist dieser, dieser digitale Spam-Filter quasi, also der analoge Spam-Filter, in dem Fall, ja. Also ich, ich sag mal, vielleicht mal dranbleiben, vielleicht sprechen wir in einem Jahr noch mal drüber, äh, was die so machen und, und was die so hinbekommen haben, ich, ich find's total interessant, äh, weil man halt auch dieses Interface hat, mit dem man alles sehen kann und alles gut, äh, gut sortieren kann, wenn man das möchte, äh, vielleicht, äh, probier ich's mal irgendwann aus. Ja, ich fand die Aufmachung wirklich gut, also wo ich mir das erstmal angeguckt hab, so, sieht schön aus, definitiv, also, ähm, ja, guck ich mir auch mal an. Wie gesagt, ganz kurz noch, wie gesagt, keine, keine Empfehlung direkt, weil noch nicht ausprobiert, aber, äh, für jemanden, der sagt, ich will keine Briefe mehr haben, definitiv interessant. Ich kann, äh, ich kann tatsächlich was empfehlen und zwar nutze ich so ziemlich täglich die App Later, ist es, für Instagram ist es, zum, ja, zum Beiträgeplan, ähm, das ist so eine, so eine, es ist eigentlich eine Webapplikation und man benutzt es mobil nur, um den Post im Endeffekt zu machen, ähm, man muss sich das vorstellen wie ein Kalender, wie ein Kalender, wo man, wo man, äh, also man kann halt Beiträge, Fotos in diese App reinladen, auch schon viele vorladen natürlich, dass man die begriffbereit hat und in den Kalender so reinschieben, zu der Zeit, wo du das, wo du den Beitrag halt posten willst. So, jetzt, äh, so, jetzt kann man den Beitrag machen. Was ich sehr cool finde, ist diese Formatierung vom Beitrag, weil bei Instagram gibt's ja lauter Tipps und Tricks, wie man, wie, wie ein Beitrag so schön aussieht, dass man den schön schreibt mit Absätzen und dass man auch, ähm, Absätze zwischen den Zeilen macht, was ja bei Instagram mobil an sich so nicht geht, nur mit, nur mit ein paar Tricks, also mit, mit einer, mit einer, mit einer Blanklinie oder sowas, aber das kann eigentlich niemand, also so, das weiß niemand so richtig, wie man das genau macht, also ich bin da hintergestiegen, aber die Anwendung ist total schwierig und Later umgeht das Ganze, also wie es auch immer das machen, aber wenn man im Later, in Later einen Beitrag macht, ähm, und dort Absätze einbaut, werden die im Instagram so übernommen und das ist super cool. Und tatsächlich ist es so, dass du bei Later auch wiederum ein Abo-Modell hast, allerdings ist die kostenfreie Version, ähm, relativ umfangreich und zwar ist in der kostenfreien Version sind 30 Beiträge pro Monat drin, also das heißt jeden Tag ein Beitrag, was völlig ausreicht, reicht für die meisten, denke ich, ähm, aber das, das ist wirklich eine gute Sache, weil du dich einfach einen Sonntag hinsetzen kannst, wenn du wirklich dein Instagram schön pflegen willst, äh, ein kleines Unternehmen hast oder Influencer bist oder sowas, ist Later optimal dafür. Setz dich hin, machst du zwei Stunden meinetwegen, machst du nur Beiträge für die ganze Woche, für den ganzen Monat und, ähm, die App auf dem Telefon benutzt du dann nur noch, um diesen Beitrag quasi zu bestätigen, also wenn der, wenn die Zeit dran ist und dieser, und Later diesen Beitrag quasi, ähm, an Instagram schicken will, also das, das macht Later nicht tatsächlich, die schickt, die schicken es nicht an Instagram, sondern, ähm, Later stellt den Link zur Verfügung, ne, also das heißt, wenn der Post dran ist, bekommst du aber auf dem Telefon, welches halt mit dem, mit der Web-Applikation verknüpft ist, bekommst du eine, also eine Benachrichtung, drückst drauf, dann hast du deinen vorgefertigten Beitrag und dann musst du nur noch die Anweisung auf dem Bildschirm halt dann befolgen, dass du, ähm, das musst den Text natürlich kopieren, aber das ist alles nur ein Klick, ähm, du musst dich großartig was machen, der lädt es bei Instagram rein, du wählst nur noch deinen Filter aus und dann, der Text steht schon alles drin mit Hashtags, ähm, ist auch alles drin, wie du die vorher gemacht hast und dann einfach, da wird der Beitrag, du musst den schon noch manuell posten, also er postet nicht alleine, Later postet nicht alleine, sondern du musst es machen, so, aber es nimmt sehr, sehr viel Arbeit ab, so, also weil es, ich hasse es am, am Telefon zu sitzen und, und, also inhaltliche Beiträge zu schreiben, weißt du, wenn du, wenn du einen, einen Stichsatz oder so schreibst, dann ist es okay, ähm, und deine, deine, deine Copy-Paste-Hashtags da reinsetzt, das geht alles noch, aber tatsächlich, wenn du, wenn du wirklich Inhalt haben willst, ist das schon besser, du kannst auch, ähm, ich glaube, ich muss mal ein Abo-Modell buchen, auch Hashtags vorfertigen, sodass, dass du das immer auswählen kannst, per Klick, was auch super, super viel schneller geht, also, ähm, aber wie gesagt, ich empfehle es, weil es in einer kostenfreien Variante echt Nutzen hat. Okay, ja, cool, hört sich doch gut an, also, ja, ein Profil, äh, pro Social-Media-Plattform quasi für Later, ja, wenn es reicht, also, wenn man, wenn man nur ein, eins hat, dann ist es ja völlig in Ordnung, dann reicht es ja total aus. Genau, das ist immer, genau, das ist immer natürlich, äh, accountabhängig, also, ne, also, ich, ich selbst habe mehrere Accounts, und da kann ich es natürlich nicht, also, ich verwende es nur für einen, der mir, der dafür einfach am wichtigsten jetzt ist, ne, die, bei den anderen, da mache ich das per Hand, ja, und wenn, da muss man natürlich Geld ausgeben, aber es lohnt sich. Kann ich gut, äh, äh, verstehen. Hört sich auf jeden Fall gut an, äh, sollten wir vielleicht für unsere Instagram-Seite auch nutzen, ähm, um da immer den Post zur richtigen Zeit abzusetzen. äh, wenn wir eine neue Folge released haben. Ich würde sagen, äh, thematisch, wenn ich mir das so angucke, haben wir es eigentlich durch? Na, gutes Stichwort nochmal Instagram, also, wir sind auch auf Instagram zu finden, he, also, neuerdings natürlich, und, äh, überall, also, auch für, äh, Anmerkungen, Kritik, Ladel, Tobel, Lob, Lob und Tadel, so rum, ähm, sind wir gerne über Instagram, ähm, ähm, techpool.podcast zu finden, ähm, ihr könnt uns auch eine E-Mail schicken, an die, an die Info at techpool-podcast.de. Ja, schreibt, schreibt uns, äh, schreibt uns Herzchen, schreibt uns nette Mails, schreibt uns, äh, viel Feedback zu dem, zu unserer ersten Folge, ähm, wie wir uns so anhören, wie unsere Qualität so ist, oder, äh, welche Themen euch interessieren, welche total langweilig waren, schreibt alles rein, schreibt uns, wir würden uns freuen über jede Mail. Generell freuen wir uns immer über Feedback, ja, auch wir sind auf Twitter zu finden, unter, äh, techpool, also einfach at techpool-podcast, äh, könnt ihr uns auch antwittern oder uns auf Twitter schreiben, wenn ihr unsere Folge gehört habt, äh, Facebook haben wir auch, da werden wir vielleicht nicht so ganz aktiv sein, aber man kann natürlich auch da was schreiben, wenn man möchte, oder uns da liken, äh, generell findet ihr jeden Sonntag, äh, eine neue Folge techpool immer, ähm, in eurer Podcast-App, eurem Wahl, ja, es kann Spotify sein, es kann die Apple Podcast-App sein, es kann jede Podcast-App sein, ähm, die es so gibt, äh, da findet ihr also, wie gesagt, jeden, äh, jeden Sonntag eine neue Folge, auch auf YouTube werden die Folgen hochgeladen, das heißt, ihr könnt das eigentlich überall hören, ja, und uns, äh, quasi, äh, da auch immer gut supporten bei YouTube, wenn ihr das hier auf YouTube gerade hört, gebt mal einen Daumen hoch für das Video, äh, für die Folge, ähm, abonniert den Kanal auch gerne, um keine Folge mehr zu verpassen, ja, das ist sowieso die große Empfehlung, also abonniert unseren Podcast auf den ganzen Plattformen, äh, um halt beim nächsten Mal direkt wieder dabei zu sein, wenn wir eine neue Episode techpool-Podcast veröffentlichen, und in diesem Sinne würde ich sagen, äh, war es das für heute, äh, ich hab nichts weiter, hast du noch Themen, die du ansprechen willst, dir noch was eingefallen? Ich hab nichts mehr, alles gut, also, wir haben, wir haben auf jeden Fall eine Menge Output, so ist es nicht, ähm, wir sparen uns das mal auf für die, für die nächsten Folgen, es werden auch tatsächlich Sonderfolgen kommen, indem wir so über ein ganz bestimmtes großes Thema reden werden, ähm, ja, zum Beispiel, zum Beispiel Smart Home, also alles, was sich um Smart Home dreht, also es geht, äh, es wird, es kann sich ja schon mal antisern, es wird eine Smart Home-Folge geben, demnächst, ähm, wir wissen noch nicht wann, aber sie kommt. Also, gutes Schlusswort, würde ich sagen, und in dem Sinne, dann bedanke ich bei dir und wünsche allen Hörern und dir natürlich auch einen wunderschönen Tag, Mittag, Abend, was auch immer, wann ihr uns hört, ähm, und bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.